Seit Jahren sind die Wollnys aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mutter Silvia Wollny und ihre Familie drehen längst nicht mehr nur für ihre eigene Doku, die sie einst berühmt gemacht hat. Auch für andere TV-Formate stehen die Wollnys vor der Kamera. Jetzt auch bei Let's Dance, die Gerüchteküche brodelt, ob RTL vielleicht schon vor der ersten Runde der Tanzshow, die am 18. Februar startet, für eine faustdicke Überraschung sorgt. Seit über zehn Jahren drehen Silvia Wollny und ihre Familie für die RTL 2 Doku, die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Zwischenzeitlich haben sie sich wahrlich einen Namen gemacht. Mutter Silvia war schon bei Promi Big Brother und Kampf der Reality-Stars dabei. Tochter Estefania trat 2019 bei, Deutschland sucht den Superstar auf. Während einer Fragerunde wurde Silvia Wollny zuletzt gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, auch einmal bei Let's Dance mitzumachen. Ihre Antwort ist dann doch recht eindeutig, er nicht mit zwei linken Füßen, Kandidaten für Let's Dance stehen eigentlich fest, klingt zwar nicht nach einer endgültigen Absage für alle Ewigkeiten. Dass die 56-Jährige aber schon in dieser Staffel mit übers Parkett flitzt, ist damit eher ausgeschlossen. Zum Glück gibt es genügend andere Kandidaten, auf die man sich freuen kann. Zum Cast der neuen Staffel der Tanzshow gehören Model T. Ninja Warrior, Star Renee Kesseli, Sänger Mike Singer, Prinzessin Lili zu sein Wittgenstein Berleburg, Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach, Paraleichtathlet, Sängerin, Schauspielerin Sarah Mangione, GZSZ-Star Timo Oelker, Schauspieler Hadi Krüger Jr., Moderatorin, Journalistin Janin Ullmann, Comedian Bastian Bielendorfer und Moderator Riccardo Basile. Mit welchen Profis die Promis tanzen, erfahren Sie und die Zuschauer erst bei der großen Kennenlernshow am 18. Februar, 20.15 Uhr, RTL. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020